Du suchst etwas gegen Nagelpilz? Dann empfehle ich dir die N1 Nagelpilzlösung. Das ist ein zertifiziertes Medizinprodukt aus der Apotheke. Medizinprodukt bedeutet, dass die Wirksamkeit in Tests nachgewiesen wurde. Und damit auch du maximale Ergebnisse bei der Behandlung erzielen kannst, schauen wir uns die Benutzung des Produktes jetzt nochmal genauer an. Es ist besonders wichtig, dass du die Nagelpilzlösung mindestens zweimal pro Tag auf die betroffenen Stellen aufträgst. Damit schafft die Nagelpilzlösung dann nämlich eine Umgebung für den Pilz, in der er sich nicht weiter ausbreiten kann. Indem du jetzt zusätzlich die oberste Schicht des Nagels mit einer Pfeile regelmäßig abfeilst, entfernst du den Pilz Schicht für Schicht aus dem Nagel. Dieser Prozess kann, je nachdem wie stark der Nagel befallen ist, leider aber auch bis zu 6 Monate und länger dauern. Bei der Behandlung von Nagelpilz ist das aber total normal. Umso wichtiger ist es daher, dass du wirklich dran bleibst und den Nagel jeden Tag behandelst. Wir wollen dich bei der Behandlung deines Nagelpilzes so gut wie möglich unterstützen. Daher bekommst du zu deiner Bestellung ein kostenloses 26-seitiges E-Book rund um das Thema Nagelpilz. Und solltest du vor der Behandlung, während oder nach der Behandlung weitere Fragen zu dem Thema haben, kannst du uns natürlich jederzeit erreichen. Viel Erfolg!